In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Standorte noch ein bisschen genauer eingrenzen kannst. Also wenn du eine sehr spezifische Zielgruppe hast, die du erreichen willst mit deinen Anzeigen, dann bietet sich ja durchaus an, dass du das einfach von vornherein ausgrenzt. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, du machst Kampagnen für eine Privatbank. Eine Privatbank richtet sich an Menschen mit höherem Einkommen bzw. einem entsprechenden Vermögen. Und dann brauchst du die Anzeigen für eine Privatbank ja eigentlich nicht in Gebieten zeigen, die eher einkommensschwächer sind. Und in jeder Stadt, in jedem Land gibt es entsprechende Gebiete, wo bekanntermaßen eher einkommensschwächere oder eher einkommensstärkere Haushalte leben. Da gibt es ja auch Statistiken, das kannst du dir entsprechend raussuchen. Ich meine, dass auch die Deutsche Post sowas hat als kostenpflichtige Datenbank, wo dann eben auch zu Postleitzahlengebieten entsprechend immer so eine Art Scoring, also Bonitätsprüfung ist und einfach so ein bisschen, aus welchem Gebiet kommt der Kunde da und möchte ich da eine Anzeige schalten oder nicht. Und wenn du von vornherein weißt, dass du eben eine gewisse Zielgruppe ansprechen möchtest und andere entsprechend nicht, dann kannst du den Lernfaktor deiner Kampagnen oder auch von den Google Geburtsstrategien natürlich verkürzen, indem du das von vornherein Google schon mitteilst. Wenn wir also dann hier mal bei Standorte reingehen, dann kannst du entweder für eine Kampagne das ganze Land targetieren oder du kannst sagen, ich möchte jetzt wirklich nur in einem bestimmten Radius und da könntest du jetzt auch sagen, du möchtest nur einen Kilometer um eine bestimmte Postleitzahl, zum Beispiel 10711 Berlin erreichen, dann vielleicht noch 101115, ja und dass du sozusagen das Stück für Stück aufbaust und sagst, okay, nur Nutzer in diesen Gebieten möchtest du entsprechend targetieren. Genau, jetzt nicht wundern, wir haben hier ganz Deutschland drin, deswegen ist um diese Kreise dieser Postleitzahlen hier das andere auch noch blau, weil ich halt jetzt aktuell ganz Deutschland targetiert habe, wenn wir das rausnehmen, dann siehst du, okay, die Anzeigen würden nur ausgeliefert werden, wenn jetzt in diesen beiden Gebieten jemand nach deinen Keywords suchen würde. Das Ganze geht auch für Display-Kampagnen, dann würde er sozusagen einfach darauf abfragen, ob der Nutzer hier in diesem Gebiet sich auffällt. So, du kannst also auf der einen Seite es so targetieren, du kannst auf der anderen Seite auch aber bestimmte Bereiche ausschließen. Wenn wir also sagen, wir möchten einen bestimmten Standort ausschließen, da geht es leider jetzt nicht so spezifisch nach den Postleitzahlen, das können wir leider nicht mehr machen, wir können aber zum Beispiel Bezirke ausschließen. Wir könnten also zum Beispiel sagen, wir möchten den ganzen Bereich Berlin-Marzahn-Hellersdorf ausschließen. Ja, dann würde sozusagen hier der gesamte Bezirk ausgeschlossen werden. Das hängt dann total davon ab, wie stark möchtest du hier die entsprechenden Gebiete sozusagen erreichen bzw. ausschließen. Ja, so kannst du das entsprechend nutzen. Ja, also da hängt das sozusagen sehr stark davon ab, wie gut du deine Analyse machst, wie gut du deine Zielgruppe kennst und wie gut du Daten darüber hast, wo die Nutzer sich entsprechend aufhalten. Ja, du kannst dann hier über Bericht nach Standort natürlich auch so rumgucken, wenn du also erstmal, sagen wir mal, alle Standorte targetierst, zum Beispiel ganz Deutschland, dann kannst du das auch hier nochmal herunterbrechen, kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mal einen Report haben, wo ich die Performance für jede Postleitzahl sehe. Ja, und auch da kannst du natürlich mit den entsprechenden Spalten für zum Beispiel Conversions sehen, wie performen denn diese Postleitzahlengebiete. Und wenn du siehst, ah, okay, es gibt hier irgendwie Gebiete, die kosten mich relativ viel Geld, das ist jetzt natürlich hier nicht viel, was in dieser Kampagne lief, aber wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, 14 Euro habe ich ausgegeben für Werbeschaltung in Nordrhein-Westfalen, hier in der 44309, hat keine Conversion gebracht, dann könntest du jetzt eben auch hier sagen, du möchtest diesen Standort entsprechend ausschließen. Ja, und auch so kannst du natürlich rangehen und das Stück für Stück verfeinern. Wie gesagt, das macht eigentlich automatisch eine Google-Gebotsstrategie, wenn du also den Ziel-CPA oder den Ziel-ROAS oder Conversions maximieren nutzt, dann macht Google das automatisch, aber natürlich würde er es trotzdem erstmal durchtesten. Und immer die Frage, wie viele Klicks kauft er denn ein? Und jeder Klick hat hier 14 Euro gekostet oder ein Klick 14 Euro. Wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, ich brauche mindestens 10 Klicks, damit ich dann weiß, ob das funktioniert oder nicht, dann hättest du mal eben 140 Euro ausgegeben. Und wenn du schon vorher einschätzen kannst, dass aus diesem Gebiet ja einfach deine Zielgruppe nicht kommt, dann kannst du das ja vorher schon ausschließen und eben die Lernkurve von Google verkürzen.